KI-Sprachassistenzen können Teilaufgaben im Schreibprozess vollständig übernehmen oder bei ihrer Bearbeitung unterstützen. Daher sollten Sie Ihre Anforderungen und Ihre Beurteilungskriterien kritisch prüfen und gegebenenfalls die Gewichtung für alle Prüfungssettings anpassen, bei denen KI-Tools vollständig oder teilweise erlaubt sind. Bei der Notenfindung am wichtigsten ist in der Regel die fachlich-inhaltliche Dimension von Texten. KI-Tools können sich hier natürlich weitgehend auswirken. Sie erleichtern die Identifikation von Forschungslücken, die Formulierung einer präzisen Forschungsfrage, sie ermöglichen mehr inhaltliche Tiefe bei ihrer Bearbeitung sowie eine stringentere Argumentation. Auch eine umfassendere Recherche oder das Verständnis von Zusammenhängen oder kontroversen in Diskursen wird durch KI-Tools signifikant verbessert. Solche Kriterien der fachlich-inhaltlichen Dimension könnten Sie also zukünftig in höheren Semestern weiter ausdifferenzieren und auch stärker gewichten. Gleiches gilt natürlich auch für Kriterien wie roter Faden oder sprachliche Präzision, die beide auch durch KI sehr gut unterstützt werden können. Ein anderes Kriterium betrifft die Einheitlichkeit von Formalien und die sprachliche Korrektheit. Dieses Kriterium nimmt zwar oft eine geringere Wertigkeit bei der Benotung ein, erschwert die Notenfindung aber insbesondere bei sehr fehlerlastigen Texten natürlich enorm. Weil KI-Tools weitgehende Fehlerfreiheit gewährleisten können, können Sie auch diese Bewertungskriterien zukünftig entweder stärker gewichten, zum Beispiel mit dem Abzug einer gesamten Notenstufe, wenn trotz KI-Tools viele Fehler auftreten oder Sie berücksichtigen diesen Bereich in Ihrer Beurteilung zukünftig nicht mehr. Das möchte ich Ihnen unbedingt empfehlen, wenn hochschulseitig geeignete Tools noch nicht offen zur Verfügung stehen. So oder so, besprechen Sie Ihre Beurteilungskriterien und deren Gewichtung unbedingt mit Ihren Studierenden. Entscheiden Sie gemeinsam, wie sich die technologischen Gegebenheiten auf die Leistungsbeurteilung auch auswirken sollen. Nur so stellen Sie wirklich sicher, dass Sie Ihren Studierenden nicht entweder zu viel abverlangen oder aber selbst etwas Wichtiges übersehen.